Willkommen bei UREKTA Wäre es nicht schön, wenn Sie ab jetzt wieder die vollständige Kontrolle über Ihre Erektion hätten? UREKTA ermöglicht es Ihnen, das intime Beisammensein genießen zu können. Keine Sorgen über Vakuum oder Urinverlust und Sie können eine freie Ejakulation haben, wenn Sie dazu in der Lage sind. UREKTA entspricht höchsten Sicherheitsnormen und umfasst folgende Bestandteile. Die Gebrauchsanleitung, eine Tasche, einen Vakuumzylinder, den Klemmring mit Pumpe und Regler, einen Vorsatzring, einen Stöpsel, ein Dehnband und das medizinische KY-Gel. Der Klemmring und die dazugehörige Pumpe sind die wichtigsten Bestandteile. Sie garantieren die Erektion und Sie selbst können Anfang und Ende frei bestimmen. Befindet sich der rote Punkt an der Unterseite des Reglers, bleibt die Luft im Klemmring. Über den Regler verringern Sie die Klemmringöffnung. Das verhindert ein Zurückfließen des Blutes, sodass Sie Ihre Erektion beibehalten. Vor der Nutzung von UREKTA ist es wichtig, lange Haare in der Schamgegend zu entfernen. Sie können eventuell einen elektrischen Trimmer dazu benutzen. Bringen Sie die Pumpe mit Klemmring am elastischen Dehnband an. Sie legen sich das Band um die Taille, stecken die Schnallen zusammen und schieben die Pumpe an die Körperseite. Tragen Sie das KY-Gel rund um den Penisbereich auf. Wir raten Ihnen eindringlich davon ab, Vaseline zu verwenden. Vaseline schadet den Gummiteilen. Bei einer kleineren Penisgröße kann es angenehmer sein, den elastischen Vorsatzring zu benutzen. In diesem Fall tragen Sie auf die Ringinnenseite etwas Gel auf, bevor Sie den Ring über den schlaffen Penis ziehen. Tragen Sie das KY-Gel auf Innen- und Außenseite des Klemmrings auf. Ziehen Sie den Ring über Ihren Penis und zwar so, dass die Penisspitze frei liegt. Um sicher zu sein, dass das Vakuum im Zylinder bestehen bleibt, tragen Sie das KY-Gel auf die Dichtung des Zylinders und unterhalb der Gummilasche auf. Die Pumpe lässt sich leicht mit einer Hand bedienen. Drehen Sie den Regler immer im Uhrzeigersinn. Stülpen Sie den Zylinder über den Penis und schließen Sie die Laschen mit dem Daumen. Einige Männer könnten Probleme haben, die kleine Öffnung mit der Lasche zu schließen. Daher wird ein Stöpsel mitgeliefert. Da mit dem Zylinder ein Vakuum entsteht, drücken Sie auf den Knopf der Membran und beginnen zu pumpen. Binnen einer Minute haben Sie eine Erektion, die Sie selbst steuern können. Bei längerer Inaktivität empfehlen wir Ihnen dreimal täglich mit dem Zylinder eine Erektion zu erzeugen. Das ist nötig, um die Schwellkörper wieder fit zu machen. Haben Sie eine komplette Erektion erzeugt, können Sie Luft in den Klemmring pumpen. Der Ring um Ihren Penis sorgt dafür, dass Sie Ihre Erektion beibehalten. Sie können die Lasche jetzt loslassen und den Zylinder entfernen. Sind Sie noch zu einer freien Ejakulation in der Lage, dann ist das mit UREKTA möglich. Wenn Sie den roten Punkt am Regler nach oben drehen, geht die Luft aus dem Klemmring. Das Abklemmen des Penis sollte nie länger als 30 Minuten dauern. Danach sollten Sie eine Pause von 15 Minuten einlegen für die Zufuhr von frischem Blut. Es ist wichtig, die UREKTA-Ausrüstung nach jeder Benutzung zu reinigen. Nehmen Sie eine große Schüssel dafür. Füllen Sie diese mit heißem Wasser und geben Sie etwas Spülmittel hinzu. Sie können das komplette Dehnband ins Wasser legen. Spülen Sie das Band gut ab und hängen Sie es zum Trocknen auf. Sobald es trocken ist, können Sie es aufrollen und verstauen. Es reicht, den Vorsatzring mit warmem Wasser zu reinigen. Trocknen Sie den Ring mit einem Handtuch ab. Schieben Sie den gelben Stopfen in den Vorsatzring, damit er seine Form behält. Der Klemmring ist vollkommen luftdicht. Sie spülen den Klemmring mit warmem Wasser ab und trocknen ihn mit einem Handtuch ab. Drehen Sie den roten Punkt am Regler der Pumpe nach oben und ziehen Sie den Kolben hoch. Dies ist eine Luftpumpe, daher ist es wichtig, dass kein Wasser hinein gerät. Sie halten den Daumen auf die Öffnung und reinigen die Pumpe mit einem Waschlappen. Dann trocknen Sie die Pumpe mit einem Handtuch ab. Es ist auch wichtig, Innen- und Außenseite des Zylinders zu reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Membran gelangt. Halten Sie die Membran nach unten. Reinigen Sie die Zylinder-Außenseite mit einem Waschlappen. Richten Sie die Membran nach oben und reinigen Sie die Zylinder-Innenseite. Bringen Sie einen Waschlappen an einem Stiel an und reinigen Sie die Innenseite. Reinigen Sie nur die Zylinder-Innenseite und nicht die Membran. Sie trocknen die Zylinder-Innenseite so ab, wie Sie sie auch gereinigt haben. Sie legen alles folgendermaßen in die Tasche. Der Stöpsel kommt in das Seitenfach. Das Dehnband und den Vorsatzring legen Sie in den Zylinder. Das medizinische KY-Gel kommt nicht in den Zylinder, das könnte dem Gummi schaden. Legen Sie das KY-Gel daher lose in die Tasche. Legen Sie Zylinder und Gebrauchsanleitung in die Tasche. Dann kommen die Pumpe mit dem roten Punkt nach oben und dem ausgezogenen Kolben und der Klemmring in die Tasche. Sie können nun Ihre URECTA-Ausrüstung sicher und bequem mitnehmen. URECTA – die beste Lösung bei Erektionsstörungen.